Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es so richtig los mit HMMs. Letztes Mal haben wir uns diskrete Markov Prozesse angeguckt. Das war das hier, ich hoffe das habt ihr gesehen. Dieses Mal geht es um die Hidden Markov Modelle, die übrigens immer noch sehr stark in der Spracherkennung benutzt werden. Das heißt, wenn ihr irgendwas damit machen wollt, ist das hier sehr interessant für euch. Okay, und zwar folgendes. Diskrete Markov Prozesse waren easy, weil wir einfach alles gesehen hatten. Wir mussten nur die Wahrscheinlichkeiten hier aufmultiplizieren. Beim Hidden Markov Modell stellt ihr euch jetzt einfach mal ein anderes Szenario vor. Ich gehe hinter diesen wunderschönen Vorhang und ihr könnt mich nicht sehen. So, und ich mache jetzt folgendes hinter diesem Vorhang, ich wirf eine Münze. Und die kann natürlich zwei Zustände haben, nämlich Kopf und Zahl. So, und die könnt ihr aber nicht wirklich sehen, ich teile euch nämlich immer nur das Ergebnis mit. Das bedeutet, ihr kennt diese Übergangswahrscheinlichkeiten hier nicht. Und ihr wisst nicht, ob meine Münze gezinkt ist oder nicht. Aber ihr müsst mir halt vertrauen, dass ich euch die Wahrheit sage. Okay, ich sage euch immer die Wahrheit, das verspreche ich euch. Aber ob die Münze gezinkt ist oder nicht, das weiß ich vielleicht selber nicht mal. So, und dann kommen wir eben bei diesen sogenannten Hidden Markov Modellen raus, wo man diese ganze Geschichte hier nicht beobachten kann. Ja, das heißt, ich sage euch im Prinzip, jedes Mal, nachdem ich geworfen habe, ich habe gerade einen Kopf geworfen oder ich habe eine Zahl geworfen, aber ihr wisst wie gesagt nicht, ob die Münze gezinkt war oder nicht. Das heißt, ihr kennt diese Übergangswahrscheinlichkeiten hier nicht. Ihr kennt teilweise nicht einmal das Modell. Ihr wisst vielleicht nicht, ob ich vielleicht noch eine dritte Seite an meiner Münze habe, also im Prinzip ein Würfel-Würf, wisst ihr alles nicht. Okay, das ist der ganze Trick dahinter. Kurz zur Formalie, das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Nächstes Mal schauen wir uns die Algorithmen an. So ein Modell, ein HMM, besteht aus fünf Sachen, also fünf Mengen im Prinzip, nämlich den Zuständen, die wir nicht beobachten können. Die bezeichnen wir mit S, also die Menge an Zuständen bezeichnen wir mit S. Die Zustände selber bezeichnet man häufig mit Q0, Q1, Q2, keine Ahnung warum eigentlich Q. Okay, dann haben wir ein Ausgabealphabet. Alphabet, so. Dieses Ausgabealphabet kürzt man ab mit V. Das wäre in unserem Fall dann eben Kopf oder Zahl. Genau, dann haben wir die Übergangswahrscheinlichkeiten. Übergangsbewegkeiten. Die kürzen wir wieder mit A ab, wegen der Matrix A. Die hatten wir letztes Mal auch, das habe ich euch schon erzählt. Kann man hier einfach alles in die Matrix reinschreiben, deswegen ist es wichtig, dass ihr das letzte Video gesehen habt. Hier geht es dann eben um diese A. Genau, dann haben wir eine Matrix B mit Emissionswahrscheinlichkeiten. Was das ist, erzähle ich euch sofort. Emissionswahrscheinlichkeiten, die nennen wir Matrix B. Und dann haben wir noch die Verteilung der Anfangswahrscheinlichkeiten. Das bedeutet, in welchem Zustand fangen wir an. Und das nennen wir einfach mal C. So, also A, B, C, S und V. Okay, das Alphabet können wir schon mal nicht. Durchgeflogen, setzen, 6 und so weiter und so fort. Aber egal. Okay, die Zustände dürfte klar sein, das ist das und das hier. Das Ausgabealphabet, Kopfzahlübergangswahrscheinlichkeiten, haben wir letztes Video geklärt. Die Emissionswahrscheinlichkeiten, die Verteilung der Anfangswahrscheinlichkeiten ist vielleicht was Neues. Verteilung der Anfangswahrscheinlichkeiten, sprich, wie wahrscheinlich ist es, dass ich als erstes einen Kopf wirfe, wie wahrscheinlich ist es, dass ich als erstes eine Zahl wirfe, in meinem Beispiel jetzt. Oder fange ich mit Sonne an oder fange ich mit Wolken an? Vielleicht kennen wir diese hier, die Wahrscheinlichkeiten hier auch nicht. Dann ist das sozusagen auch fast ein Hidden Markov-Modell. Das heißt, ja, meine Wahrscheinlichkeit, Anfangswahrscheinlichkeit hier für Sonne wäre aktuell bei mir 0, weil das Wolken hat. Das heißt, die hier wäre 1 und das hier wäre auch 0. Ja, weiß man aber natürlich nicht immer. So, jetzt zu diesen Emissionswahrscheinlichkeiten. Die sind ein bisschen komisch. Die Emissionswahrscheinlichkeiten hat man eingeführt, weil es eben nicht 100% sicher ist, dass so ein Zustand tatsächlich mal auch eine Ausgabe hat. Das heißt, wir können nicht mit Sicherheit sagen, okay, ich sage euch jetzt, dass ich Kopf gewürfelt habe oder geworfen habe, sondern es kann auch mal sein, dass ich sage, ups, ich vergesse euch das Ganze mitzuteilen und wirf einfach direkt nochmal. Dann haben wir sozusagen einen Zustand übersprungen und dann wäre die Emissionswahrscheinlichkeit halt mal kleiner als 1. Bei genau 1 gebe ich euch immer Bescheid, wenn ich was gewürfelt habe oder geworfen habe, Kopf oder Zahl. Und bei kleiner 1 kann es halt mal passieren, dass ich es vergesse, euch zu sagen. Okay. So sieht also ein HMM aus und wie wir das ganze Ding jetzt hier rausbekommen, also wie wir jetzt rausfinden können, wie wir diese Wahrscheinlichkeiten hier bestimmen. Es gibt insgesamt drei Algorithmen, die sehr, sehr wichtig sind, die man auch zum Trainieren stark braucht, nämlich das erste ist der Evaluationsalgorithmus, das zweite der Dekodierungsalgorithmus und der dritte der Baum-Welch-Algorithmus und die werde ich euch jetzt in den kommenden Videos vorstellen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.